Grüß Gott, mein Name ist Andreas Fohns. Normalerweise hätte ich eine der beiden Übungsgruppen zu dieser Lehrveranstaltung gemacht, aber das hat ja dann dieses Semester nicht ganz wie geplant stattgefunden und jetzt habe ich gedacht, zum Ende des Semesters unterstütze ich Herrn Kadons wenigstens dadurch, dass ich mal hier von dem Übungsblatt die Konstruktionsaufgaben kurz als Video aufnehme. Zu konstruieren ist ein Dreieck ABC mit einem rechten Winkel und hier ist auch schon so gespoilert, aha, das könnte was mit dem Satz Frontales zu tun haben. Gegeben ist jeweils eine Länge, nämlich der Durchmesser AB ist gleich 6 cm und dann ist einmal eine zusätzliche Seite und einmal die Höhe gegeben. Bevor ich bei sowas mit Konstruktionen anfange, mache ich mir mal eine Planskizze, also sagen wir mal, wir haben hier unser AB, AB und jetzt darüber den Thaleskreis, dann wird hier oben irgendwo das C liegen, so auf dem Halbkreis, weil wir haben ja einen Gewinkel von 90 Grad, ich könnte das Ganze auch nach unten zeichnen, aber das ist witzlos, da wäre das Ganze ja dann nur so spiegelverkehrt. So, jetzt, was haben wir zusätzlich angegeben? Die Länge B. B ist die Seite zwischen A und C, das heißt, das könnte ich zum Beispiel nachher einfach in den Zirkel nehmen und dann sehe ich schon, aha, diese Länge mit dem Kreisbogen, eindeutig bestimmter Schnittpunkt, das ist konstruierbar. Jetzt auch noch direkt dann die Überlegung für zweitens, wie schaut das da aus? Eigentlich genauso, haben wir A und B, haben wir darüber wieder den Thaleskreis und jetzt haben wir die Höhe vorgegeben. Also die Höhe ist hier irgendwo HC zwei Zentimeter, da werde ich wohl einfach eine Parallele zeichnen und dann hoffen, dass ich da auch einen Schnittpunkt haben, eindeutig bestimmten, dann wäre das Ganze konstruierbar. Und sonst gibt es gegebenenfalls zwei Lösungen. Ja, dann fangen wir mal an. Geodreieck, ich soll nehmen sechs Zentimeter. So, aufpassen, dass ich hier einerseits innerhalb des Bildes zeichne und andererseits noch so, dass man alles gut sehen kann. Sechs Zentimeter. Sechs Zentimeter, so jetzt mogel ich mal ein bisschen. Den Mittelpunkt von dieser Strecke bestimme ich einfach durch Abmessen. Sie wissen natürlich, dass das auch anders geht. Ich könnte hier an beiden Ecken mit dem Zirkel mittlerweile länger mehr als drei Zentimeter einstechen und unten nochmal dasselbe und das verbinden. Und dann die beiden Punkte verbinden und dann würde ich auch den Mittelpunkt finden. Aber ich mache mal hier die faule Variante. So, jetzt muss man mal schauen, dass ich hier mit dem Zirkel das gescheit mache. Also so brav in den Mittelpunkt eingestochen und jetzt hier den Zirkel richtig eingestellt und einen Halbkreis gezeichnet. So, hier ist mal Halbkreis. Und jetzt brauche ich 4,5 Zentimeter. Okay, die messe ich auch mal eben ab. So, also 4,5 Zentimeter. Die hätte ich dann in etwa hier. So, jetzt nehme ich das hier wieder von der Ecke. Ich sollte die vielleicht noch beschriften. Also hier ist ein A. Hier ist mein B. Hier ist der Mittelpunkt von A, B. Und jetzt nehme ich die Länge 4,5 in den Zirkel. So, schub, 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 schub. So, und dann trage ich das hier oben ab. Und dann sage ich, hier ist mein Punkt C. So, und wenn ich das jetzt gescheit gezeichnet habe, ist hier oben auch ein rechter Winkel. Das sieht auch ganz gut aus. Ich bin jetzt mal faul und mit der Höhe HC 2 Zentimeter, das zeichne ich ins selbe Bild herein. Also gehe ich mal hin und sage hier, jetzt will ich die zweite Lösung haben. Da hätte ich gern die Höhe von 2 Zentimeter. Ich zeichne hier erst eine normale drauf. So, da ist meine normale. Und jetzt die 2 Zentimeter haben wir hier. Und jetzt brauche ich wieder eine Parallele. Aha, damit man das schön gezeichnet kriegt mit dem Geodreck. Möglichst noch nach hier unten verlängern. So, und dann jetzt hier wieder normal drauf. So. So, und jetzt HC 2 Zentimeter. Da gibt es im Grunde genommen zwei Lösungen. Das sind aber konkurrente Dreiecke. Die liegen dann halt nur gespiegelt da. Ich kann das entweder hier einzeichnen. So, dann habe ich hier das C. Das ist die eine Lösung. A, B, C und die andere Lösung wäre, dass ich das hier herüberzeichne. Dann wäre hier das C. Das ist insofern jetzt nicht ganz eindeutig, weil man eben sagen kann, entweder ist die Seite B diese Länge oder die Seite B ist diese Länge. Also der Umlaufsinn, wie man auch sagt, des Dreiecks würde sich dann ändern. Dieses Dreieck hier ist ja letztlich Konkurrent zu dem Dreieck hier. Da ist nur die Benennung der entsprechenden Punkte anders. Damit ist Aufgabe 1 schon gelöst. Jetzt gucken wir mal, was Herr Kado uns ganz gerne gehabt hätte von uns, wenn wir uns das Beispiel 3 anschauen. Da soll es irgendwie um den Schwerpunkt gehen. Da werde ich das aber wieder ganz genauso machen. Ich schiebe das hier mal hoch. Beim Schwerpunkt. So, ich mache mir wieder eine Planskizze. Ich habe wieder ein Dreieck A, B, C. Das mache ich mal irgendwie ganz krumm und schief hier hin. A, B, C. Und jetzt ist hier zusätzlich noch gegeben die Seitenhalbierende zu C. Die entsteht dadurch, dass ich den Mittelpunkt von A und B wähle. Das ist also wieder M, A, B. Und die Seitenhalbierende oder Schwerlinie, sagen Sie in Österreich, die ist ja einfach die Verbindung hin zum Punkt C. So, und von der ist die Länge wieder gegeben. Und andererseits ist mir hier aber die Länge B gegeben. B ist wieder die Strecke A, C. Das sollte auch als Schnittpunkt von zwei Kreisen konstruierbar sein. Und jetzt gucken wir uns die ganze Schose auch wieder noch direkt für das zweite Dreieck an. Was haben wir da gegeben? A, B und C. Es ist wieder B gegeben. Jetzt ist der Winkel Gamma gegeben. Das ist dieser Winkel. Das heißt, diesen Strahl hier kenne ich. Also B und den Strahl. Und jetzt habe ich wieder S, B ist 5,8 cm. S, B ist die Länge, die hier von dem Mittelpunkt ausgeht. Und dann hier rüber zu dem Punkt B. Die Länge ist auch wieder bekannt. Das werde ich auch wieder mit dem Zirkel erzeugen können. Ja, und dann fangen wir mal an. Jetzt habe ich das B hier mal so schräg oben gemalt. Dann will ich das im Bild auch mal machen. Damit nachher meine Konstruktion auch halbwegs zu meiner Planskizze passt. B sollten wir mal einmal mit 7 cm haben. Da fange ich hier bei 2 an und gebe es 5 hoch. So, das sind 7 cm. Jetzt schiebe ich das hier direkt. Na, da brauche ich die Hälfte nicht. Da brauche ich das also nicht machen. Da habe ich mein B gegeben. Ach so, jetzt habe ich falsch angefangen. Sehen Sie, wenn man zu schnell ist. So, hier wollte ich ja mit der Strecke C anfangen und dann deren Mittelpunkt bestimmen. So, also nochmal neu. Wir fangen an mit der Strecke C. 6,4 cm. Also 1,4 cm. Und hinten noch 5 dazu. So, da haben wir das hier. 6,4 cm. So, und jetzt 7 cm in den Zirkel nehmen. Okay, jetzt verlängere ich das einfach noch, damit ich irgendwo die 7 cm habe. Das sind 3 plus 4 sind 7 cm. Und die 5 cm habe ich hier. So, also hier sind, das kürzere sind 6,4 cm. Das längere sind 7 cm. Und die 5 cm brauche ich auch noch. Die male ich mir hier auch schon mal hin. So, jetzt habe ich hier die 5 cm auch noch, dass ich die nachher in den Zirkel nehmen kann. So, jetzt brauche ich die 7 cm im Zirkel. Also Sie sehen schon, ich konstruiere mit dem starren Zirkel. 7 cm in den Zirkel. Nehmen und das muss ich dann als B abtragen. Schwupp. 7 cm als B abtragen. Das heißt, hier sollte mein Punkt A sein. Hier sollte mein Punkt B sein. Und jetzt die 7 cm oben irgendwo abtragen. Ups. So, die ist da reingestochen. Alles rollt. Machen wir mal große Gesten hier. Ah, jetzt habe ich am falschen Punkt eingestochen. Das kommt davon, wenn man da hier rumschludert und das nicht ordentlich vorbereitet. So, also verdienen wir die ganze Sache nochmal weg. Beim Punkt A einstechen. So, wenn das der Kader uns sieht nachher. Okay, also beim Punkt A eingestochen. Hier sind unsere 7 cm. Jetzt brauche ich den Mittelpunkt der Strecke. Und von dem brauche ich 5 cm. Also den Mittelpunkt der Strecke. Sehen wir mal 6,4. 6,4. Also brauchen wir hier 3,2. Und da 3,2. Das ist hier. Also hier ist M, A, B. Und von dort brauche ich jetzt meine 5 cm. Okay, die 5 cm. Bin wieder in den Zirkel. 5 cm, 5 cm, 5 cm. Hier sind die 5 cm. Jetzt hier in das M reingepiekt. Und dort herüber. So, da haben wir den Schnittpunkt. Sehen Sie auch hier hinten käme kein zweiter Schnittpunkt. Das wird ja hier oben immer außen weiterlaufen. Also das ist tatsächlich eindeutig zu konstruieren. So, da hoch. Und hier zum A wieder runter. Dann liegt hier oben das C. So, zweite Konstruktion. Bei der muss ich mit dem B anfangen. So, jetzt also das B. Beim zweiten ist das B 7,2 cm. Also hier fange ich hier mal bei 6 an. Und gebe es 1,2 runter. So. Das hier ist mein B. Jetzt 92 Grad. Aha, 92 Grad. Wenn wir mal hier anlegen. Und die 92 auswählen. Die sind hier. Richtig machen. 91, 92. Hier sind die. So. So. Da sind die 92 Grad. Jetzt brauche ich wieder den Mittelpunkt der Strecke. Was hatte ich gesagt? 7,2. Also hier 3,7 auf beiden Seiten. 3,5. 3,7. Da oben auch 3,7. Und hier den Mittelpunkt. Das ist M. A, C. Und von dort aus. Baue jetzt die Länge 5,8 cm. Okay. Das werde ich mal hier eben abmessen. Schwupp. Ich verlängere das hier einfach. Und sage die 5,5. 7. Und die 8. Das ist hier. Das sind 5,8 cm genau von M. A, C. Hier mal reingestochen. Schwupp. Da, 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 da. 5,8. So. Jetzt schlage ich die 5,8 hier rüber. So. Schnittpunkt erhalten. Hier oben gäbe es auch nochmal einen Schnittpunkt. So. Aber wir sagen mal, hier sind die 92 Grad. Da stimmt ja das Gradmaß nicht. So. Also. Dann machen wir das hier hin. Und jetzt finden wir hier unser B. Und hier. Haben wir eben sichergestellt, dass dieses S, E auch wirklich 5,8 lang ist. So. Das war mal der erste Teil. Jetzt kommt der zweite Teil, bei dem werde ich etwas beschleunigen. Der zweite Teil, das ist die Aufgabe 8, was noch zu konstruieren war. Das sind die Wurzel 6, die 2 Wurzel 2 und die 1 plus Wurzel 2 nach diesem Muster konstruieren. So. Jetzt können Sie natürlich sagen, Wurzel 6, das konstruiere ich einfach so. Also das Konstruktionsprinzip arbeitet hier mit dem Satz von Pythagoras. 1 plus 1. So. Wenn hier, wenn ich mir hier dieses Quadrat vorstelle, rechtwinkliges Dreieck, 1 Quadrat plus 1 Quadrat. Also hat das hier 2 Quadrat, 3 Quadrat, 4 Quadrat. Und jetzt kann ich natürlich die Schose weitermachen. Und sage, ich muss mal gucken, wie lang, wie lang hat er hier seine 1 gewählt. Die 1 entspricht in meiner Skalierung. 2,7 Zentimeter. Also müsste ich jetzt hier wieder hingehen und würde das hier wieder so machen. So. Rüber. So. Dann wäre, wenn ich das hier hin male, hätte ich hier 1 und hier die Wurzel aus 5. Und jetzt könnte ich dasselbe hier wieder machen. Was habe ich gesagt? 2,7 Zentimeter war tatsächlich die 1. So. Und dann wäre jetzt entsprechend hier die Länge Wurzel 6. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, nämlich mit der Wurzel 2 und der Wurzel 3, die schon da sind, direkt zu arbeiten. Und zwar funktioniert das mithilfe der Strahlensätze. So. Weil wir können ja sagen, Wurzel 2 mal Wurzel 3 ist Wurzel 6. Und mit den Strahlensätzen kann man multiplizieren. Weil es gibt da ja so Aussagen zu Verhältnissen. Und diese Aussagen zu Verhältnissen kann man sich zunutze machen, um Strecken zu konstruieren. Ich werde das jetzt hier mal machen. Ich nehme jetzt nämlich mal die 1 von Herrn Cardons in den Zirkel und trage die hier auf dieser Länge ab. So. Und jetzt gehe ich hin und sage, aha. Wenn ich... Und jetzt habe ich hier die 1 und hier habe ich die Wurzel 2 als Länge. Und hier habe ich die Wurzel 3 als Länge. Jetzt gehe ich hin und sage, ich verbinde die 1 auf diesem Strahl, auf diesem hier mit... mit hier dieser Länge Wurzel 3. Und jetzt werde ich die Strecken nach oben hingehend verlängern. Und jetzt mache ich das folgende. Durch diesen Punkt hier werde ich zu diesem Punkt hier eine Parallele zeichnen. So. Schauen wir mal hin, dass wir das hinbekommen. Eine Parallele hierzu. Das geht ja immer am einfachsten, indem man erstmal eine normale zeichnet. So. Machen wir mal hier. Normal durch. Und das ist jetzt nur meine Hilfslinie, damit das mit dem Parallelverschieben gleich besser funktioniert. So. Jetzt schiebe ich das hier hoch, schiebe das hier hoch, schiebe das hier hoch, schiebe das hier hoch, bis ich den Punkt treffe. So. So. Und ich behaupte jetzt, dass diese Länge, die hier oben ankommt, so das, was hier entstanden ist, genauso lang ist wie das hier. Das kann man, kann man mal grob prüfen. Hier, das ist ungefähr, fast sieben Zentimeter. Und hier nach oben ist das auch fast sieben Zentimeter. Warum ist das so? Wenn hier die Strecke A ist, und also sagen wir mal, hier ist S, hier haben wir den Punkt A und hier haben wir den Punkt B, dann haben wir S A, na, machen wir es lieber so rum, S B zu S A ist dasselbe, also S B zu S A ist dasselbe wie Wurzel 2 zu 1. So habe ich das konstruiert, die Länge 1 auf der Wurzel 2 nochmal abgetragen. So. Und jetzt, da diese beiden Geraden hier parallel sind, habe ich hier dieselben Verhältnisse auf dem anderen Ast, also sagen wir mal S A Strich und B Strich. So, was gilt? Das muss dasselbe sein. Also jetzt ist S B Strich durch S A Strich muss im selben Verhältnis sein. Ich weiß aber, wie lang S A Strich ist. S A Strich ist Wurzel 3. Und damit das Verhältnis passt, muss da oben stehen Wurzel 3 mal Wurzel 2. Ja, und Wurzel 3 mal Wurzel 2, das ist natürlich Wurzel 6. So, also ist die Länge S B Strich, ist genau Wurzel 6. Das wäre auch die Konstruktionsmöglichkeit gewesen. So, und jetzt sieht man auch schon, was man bei den anderen Konstruktionen machen kann. Zumindest wie wir das 2 Wurzel 2 konstruieren. Das ist jetzt an sich relativ einsichtig. Da machen wir nicht, das habe ich hier schon auch nochmal vorbereitet. Da gehen wir ja jetzt einfach hin und sagen, ja okay, wenn ich 2 Wurzel 2 haben will, dann werde ich wohl nichts anderes machen müssen, als einfach die Länge, die hier die 1 war, bei Herrn Kadons, hingehen, sagen, aha, das ist die 1er, ne, nehme ich in den Zirkel und trage den einfach hier nochmal ab. So, und jetzt mache ich das wieder genauso. Ich nenne das hier mein S, das hier nenne ich mein A, das nenne ich mein B, das hier ist die Wurzel 2, das wird mein A Strich, und jetzt muss ich ein B Strich hier oben finden, einfach so, dass die beiden parallel sind, da hier ein 90 Grad Winkel ist, ist das in dem Fall besonders einfach. Da brauche ich einfach nur hier normal hochgehen. Gerade noch im Bild. So, wenn ich jetzt hier B Strich wähle, dann kann ich jetzt wieder mit dem selben Argument sagen, S B durch S A verhält sich wie 2 zu 1 und ich weiß andererseits, dass ich wegen dem Strahlensatz genauso verhalten muss, S B Strich zu S A Strich und ich weiß aber, dass S A Strich Wurzel 2 ist, also muss hier oben stehen, 2 Wurzel 2, damit sich das Ganze noch ausgeht. So, und damit haben wir das geklärt. So, bei der Addition bin ich jetzt nicht, das ist jetzt irgendwie so die einfachste Geschichte, das male ich jetzt hier so einfach ein bisschen schludrig noch unten dran. Ich verlängere hier einfach in der Wurzel 2 die Länge und sage, ja, ihr Kader und Zweck, wenn ich Ihnen da die 1 dazu addieren wollte, dann nehme ich die doch einfach hier in den Zirkel, trage die hier rüber ab und wo hier dieses C entsteht, da ist jetzt natürlich die Länge C A Strich, die entstandene, die ist jetzt 1 plus Wurzel 2 lang. Und damit sind die ganzen Konstruktionsbeispiele von diesem Übungszettel dann auch schon gelöst.